Willkommen zurück zum Halbfinale in Arps gegen Byton Park, das Halbfinale ruf. Welchen Ausgang wird dieses Experiment nehmen? Kampf Nummer 1 beginnt. Im nächsten Kampf trifft Helix gegen den langen Arm des Gesetzes. Das Beitem Park, die Stand-Stand-Bahn-Vorgen bedient sich hier alle legitimen Mittel. Doch, auch Helix geht auf Streife und hat vor, jeden Rechtsverstoß unverzüglich zu bestrafen oder zu melden oder zu unterdrücken. Ich hab's leider nicht lesen können. Hm, wer weiß. Oh. Ah, es wird jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich schwierig werden, wenn sie einen kacken Assi-Hund, äh. Einen kacken Assi-Hund. So. So, so geht's auf. Äh, ja. So. Das kann er nicht blocken, oder? Doch, das blockt der. Aber er hat nicht doch getroffen, ne? Der hat so'n Scheiß... Die explodieren irgendwie dann später, ne? Ah, die fliegen so komisch. Irgendwie fliegen die komisch. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Die Musik ist cool. Oh, ich hab's irgendwie abgeblockt. Nice. Wo? Oh, nein! Ach, Mist. Doof gezündet. Auf jeden Fall. Doof gezündet. No, no. No. So, den Hund haben wir mal wieder Außer Gefecht gesetzt Ah, shit Da muss ich aufpassen Ne, 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 ne Ah, was? Was? Der hatte noch Ult an? Okay Wie, was, wo? Wie, was, wo? Warum konnte ich das nicht ausweichen? Ach, deswegen mag ich den Charakter nicht Weil ich nicht weiß, wie Wann der auch richtig ausweichen kann So So Komm, geh mal auf dein Hündchen rauf Boah, ich komm erstmal näher zu dir ran Wie jetzt? Ey, mich kotzt das manchmal so an, dass die Teilweise meine Ulti abbrechen können Und ich kann die nicht abbrechen, obwohl ich die treffe Das geht mir manchmal so Auf die Nerven Ja Weicht doch mal jetzt Jetzt weicht ja wieder nicht aus, so wie ich das möchte Das geht mir halt auch dann immer nördlich auf den Sack Du drückst dann Du drückst dann Ja, komm Du drückst dann zwar die richtigen Knöpfe Fürs Ausweichen Ja, komm Ja, komm Schummler-Bot, Alter Mr. Schummler-Bot Mr. Schummler-Bot Mr. Schummler-Bot Ich hab dir ins Gesicht gepanscht, oh Mr. Schummler-Bot Ich weiß, ich sollte aufhören zu singen Aber ich mag es einfach manchmal So, ich benutze ja die Die wandeln dir eigentlich ganz gut So Ich wollte eigentlich nicht greifen So Nö Nö So, jetzt kommt noch eine Salve Genau So Und das was Okay, Mr. Schummler-Bot Ich hab dich gekriegt, glaub ich So So Mr. Schummler-Bot Mr. Schummler-Bot Oh, guck mal Deine komischen Tornados da Deine komischen Raketendinger treffen mich nicht Oh, da ist dein Hündchen kaputt Und warum ging der Grabsch jetzt daneben? Fragezeichen, Ausrufezeichen Semikolon Irgendwas für ein Zeichen So, du bist in der Luft Du bist in der Luft Das mag ich, wenn du in der Luft bist Ich mag, wenn du in der Luft bist Da treffe ich dich am besten Und voll ins Gesicht Und voll ins Gesicht Und ich brauche nur noch einen Treffer 400 Really 400 Alter, Mr. Polizisten-Schummler Der ist hier echt krass Roboter Polizisten-Schummler Alter, das gibt es doch nicht, ey Oh, ich fress die Fliegen, wenn ich Killer klaufe Kennt ihr das, wenn ihr merkt, dass ihr krank werdet Und Ganz schön ist das bei Schnupfen und Husten Also Schnupfen hab ich jetzt nicht Aber Husten und mir tut schon den ganzen Tag der Hals weh Endlich das große Finale Abends Grand Prix steht kurz davor Das Publikum tobt und die Luft knistert vor Spannung Dieses Mal tritt Helix gegen Max Brass den Kampfmeister an Der Sieger des Grand Prix wird hier entschieden In dieser weltweit einmaligen schwebenden Arena Und worauf kann Helix das Wunder der Wissenschaft bei einem Sieg hoffen? Vielleicht werden wir es hier und jetzt herausfinden Denn das große Finale des Grand Prix naht Okay, finden wir es hier raus So, okay, da hat er diesen komischen Diesen komischen, den ich überhaupt nicht mag So Zack Oh Wie, das ging Warum trifft der immer so schlecht Die Grubs Ist ja schon Ist jetzt strange Und warum Warum kommt das zu ihm? So So Zack Ding, ding, ding Ding, ding Ding, ding Komm, Springer Scheiße Hatte doch auch aufgeladen Nö, nö, nö Bom, 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 bom So Schauen wir mal, ob der zweite Kampf auch Gut wird oder nicht Sehen, ob der zweite Kampf auch gut wird oder nicht Oh Oh Was ist das denn? Oh, Mann Ich treffe den gerade gar nicht Der macht gleich Ult Ja, klar Na klar So Okay Autsch Okay Das war Auch wer gerade so funktioniert Wo macht er das denn die ganze Zeit immer hin Ich check das mal noch gar nicht Ich drücke gar nicht Ich würde mal sagen Ich drücke doch gar nicht in die Richtung Oh Also drücken tue ich bestimmt nicht in die Richtung Aber ich halte auch die Joy-Cons nicht in die Richtung Aber ich glaube Wenn man die manchmal so hinlegt Ähm Ja, dann Synchronisieren die so Scheiße vielleicht Ich weiß es nicht Aber wir haben es zum Glück geschafft Ohne dass er uns einmal fertig gemacht hat Da waren die ersten Kämpfe ja doch schwieriger als die letzten Pfff So Weiter Ja, jetzt kommt wieder dieser scheiß fliegende Kopf Nicht mehr Die Siegerehrung möge beginnen Sehen wir uns erst einmal die Statistiken für dieses Turnier an Ach Der Kopf kommt gar nicht bei 3 Okay Großartig Großartig Das sind Zahlen, die sich sehen lassen können Hier seht ihr die neue Armstrengende vor uns Oh, hier steht eine Hier steht eine neue Wir dürfen gespannt sein Der Sieger ist großen Armstrand Und damit der neue Champion ist Helix Das Experiment Eben noch Laborexperiment Heute abends Champion Herzlichen Glühstrumpf Und ein weiterer Armstrengende nimmt ein Ender Und ich möchte allen Zuschauern und Kämpfen bedanken Okay Bis zum nächsten Mal, Freunde Okay, also Level Ja doch, Level 3 gab es jetzt nichts, ne? Gut Tja Haben wir für den andere Arms? Ja, für den haben wir auch andere Arms So, da haben wir aber schon die besten Was sind denn seine Standard Arms hier? Ich weiß es gerade nicht So, ich wollte jetzt mal den nehmen Da haben wir nur die Standard Arms Komm, lass uns Was hat der jetzt so für Farben? Oh, der ist weiß Okay, und orange Und grün Und dann lieber weiß So Und probieren wir mal Nochmal die 5 Und ich habe gesehen Man kann mit jedem Charakter alle Schwierigkeitsgrade machen Oder eine Krone holen Und ich glaube dann wird es schon richtig krass Aber das werde ich nicht machen Das werde ich auf keinen Fall machen Die Sternenpatrouille erwartet Macht euch bereit für Recht und Gesetz Beim großen Arms Grand Prix Und wer sonst würde dieses actiongeladene Ergebnis für euch kommentieren Als euer Amadeus? Meine Damen und Herren Dieses Team ist auf den Sieg programmiert Willkommen Byte and Bark Teams in Arms Grand Prix Nun Wer würde diesem Duo dafür schon einen Strafzettel schreiben wollen? Dies ist wahrscheinlich die einzige Ordnungswidrigkeit Die sie jemals begehen werden Hoffen wir alle auf einen strafreien Ausgang Dieses Arms Grand Prix Der in Kürze beginnt Der spricht doch langsamer bei denen, kann das sein? Gegen Springman Die Erwartungen sind groß an dieses ungewöhnliche Duo Doch wird das den ersten Kampf überstehen? In diesem Kampf stehen Byte and Bark dem Springfield Springman gegenüber Seine Gesundheit niedrig bleiben Seine Arme ständig ausgelassen Springman zeigt Seinen können die Jungs den Strand trainieren Und Spotlight aufnehmen Die Antwort gibt es auch Oh man alter, so schnell kann ich nicht lesen So der Schocker ist krass Mal sehen was er kracher kann So und er kann bloß wieder springen Ne? So und er kann nur springen und ausweichen So wie andere auch Okay der macht mich voll fertig Und irgendwie trifft er nicht Obwohl ich das gerade mache Alter Schlag gerade zu Ganz ehrlich Ich halte meine Joycons gerade Die sind gerade Ich meine ich bin ja nicht Hänge ja nicht auf dem Berg Kopf über oder sowas Ja aber trotzdem Ich halte meine Joycons gerade Ja und trotzdem Schlägt er Schlägt er nicht Dahin Wo ich möchte Ich fühle mich gerade richtig Richtig verkackert Wie? Ey Komm Ich hab den gehabt Alter Ey das ist doch Hier der erste Kampf Der erste Das ist wieder Dieser erste Kampf Ja der erste Kampf Das ist immer dieser verdammte Erstkampf Der so richtig behindert ist Und alle anderen Alle anderen sind dann easy going Aber sowas von So Und alle anderen sind dann easy going Ja So Mann Ich hab doch nur mit dem rechten Grad schon wieder zugeschlagen Was soll denn das? Ach komm Hm Ja So komm noch einmal Das ist wie Das ist wie immer der erste Kampf Erste Kampf So Nochmal So ich halte Ich halte meine Joycons gerade So Hier Hier ich mach einmal Und der schlägt zweimal Ich mach einmal Hier und der schlägt zweimal Okay Gut So 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 Zack Ja Und ausweichen Bringt es halt überhaupt nicht Ah Meine Güte Und natürlich trifft mich das Ah Mann ey So Diesmal hat es irgendwie geklappt Mit dem Blocken Ach Mann Alter Nein 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 Ach Mann Naja Ist aber auch Spring halt Überhaupt nicht Spring halt nicht Nein Bleib halt da auf dem Boden Ja Ich will dass der springen Was man eher Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö So Nehmen wir mal zwei Schocker Mal sehen Das geht Wenn ich Nimm ich den anderen Charakter Weil irgendwie... So, was denn nun springen? Nur mit beiden, oder was? Nee. Hä? Ich komm nicht grad drauf klar. Aber der springt ja mal so richtig bene. Ich dachte, der kann richtig gut springen. Was ist das denn für ein scheiß Charakter? Deswegen spielt den auch keiner. Aber ey, komm. Ist jetzt nicht dein Ernst hier. Ja. Äh? Warum schlägst du denn mit beiden immer zu? Ich drück doch gar nicht. Den nach vorne, den Arm. Der Charakter ist scheiße. Gut. Probieren wir nochmal einen anderen aus. Auf 5. Also, bei dem Bark auf 5 geht der mal gar nicht. Der ist richtig behindert. Da wollte ich mir sagen, Kid Cobra soll schlechter als der sein. Ich glaube nicht. Oh, ich kann halt wieder einfach nicht mit dem Charakter spielen. Das ist bestimmt auch der Fall. Aber die wollen mir echt sagen, ich halte die Dings falsch, ne? So. Jetzt spielen wir in den Jahren habe ich mit denen andere. Und mit denen habe ich hier diesen Frost. Oh, Mann. Ja, das kann ruhig drin bleiben. So. Warte mal. Was hat der jetzt hier dafür Farben? Wow, Pinky. Nee. Dann doch lieber Standard. Waren alle nicht so schön. Dann doch lieber den Standard. Live aus der Linear Academy. Macht euch bereit zum Schattenboxen beim großen Arms Grand Prix. Ah, das kommentiere ich jetzt nicht. Alle Augen vollen gebannt dem gewandten Schattenkünstler Linear. Ninja-Techniken ermöglichen es ihm, von einer Sekunde auf die nächste zu verschwinden. Aber wohin? Mir kam zu Ohren. Der Grand Prix Zähler als Ninja-Abschlussexamen. Aber ist Linear dafür schon bereit? Wird er bestehen oder durchfallen? Denn wir werden es bald erfahren. Denn der Arms Grand Prix beginnt. Okidoki. Nee, okay. Und ich habe gerade darauf geachtet, jedes Mal ist es woanders. Also wirklich da, wo man anscheinend kämpft. Aber gerade eben waren wir ja am Strand gewesen und das war woanders. Ninja-Techniken in seinem ersten Kampf. Wird er in das Pupil und seine Ninja-Kunst demonstrieren? Ninja-Techniken. Ninja-Techniken stellt sich der siegeshungrigen Min-Min. Ihr Rückwärtsseite erinnert an eine Frühlingsrolle. Nur hinterlässt er einen herben Nachgeschmack. Ninja-Techniken sollte sich lieber, auf eine deftige Portion Prügel gefasst machen. So. Dann machen wir das mal so. Oh, und jetzt natürlich dieses fette Ding da. So. So, und alle Ninja-Spieler grabben, grabben, grapschen, 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 grapschen. Was anderes machen die gar nicht. Grapschen, 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 grapschen. Vielleicht ein bisschen mal zuhauen. Und dann wieder grapschen, 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 grapschen. Grapschen, 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 grapschen. Grapschen, 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 grapschen. Ne? Richtig schön die ganze Zeit. Grapschen. ein bisschen auf die Fresse geben und dann halt drinhauen. Und natürlich, natürlich hat sie das mich getroffen und das Ganze abgeblockt. So. So, jetzt verschwinden wir kurz und grapschen und dann verschwinden wir kurz und grapschen und dann verschwinden wir nicht und werden durch die Gegend geboxt und da siehst du, mich, wenn ich das gemacht hätte, ja. Achso, ich hab ja, wurde ja gerade verfehlt. Hat mich doch voll getroffen, die schiete da. So. Ach, komm. Woh, woh, woh. Oh, ins Gesicht. Hahaha. So. Siehst du, und das geht jetzt halt wieder voll klar. Der ist auch Level. Also, die ist jetzt auch Level 5. Und trotzdem. Ah, jetzt hat sie die Dings. Shit. Aber das kriegen wir so hin. Bam. So. Kleine Minmin. Shit. Ich kann nicht ausweichen. Was? Ich kann mal wieder nicht blocken. Äh? Ach, sie mein, nein. Ja, ah. Hm, und sie grabt. Die grabt halt. Äh, echt, Alter. Ja, was soll ich denn da machen? Die ist so nah gewesen, da konnte ich nichts machen, oder? Ich hab keine Ahnung. Weil ich war zu übermütig, wahrscheinlich. Weil ich war zu übermütig. So, der hat jetzt natürlich... Der hält natürlich jetzt ihr Scheiß da. Aber der hat diesmal... Der hat diesmal nicht... Nicht, ähm... Den Dings dabei, ne? Ach, verdammte Axt. Scheiße. Mann, ist denn das jetzt? Ja, die brauchst keine Heilung. Geh weg, ist raus. Ist meins. Ist meins. Ist meins. Natürlich. Die steht auf und hat direkt das Schild oben. Direkt. Direkt. Direkt hat sie es oben. So, ne, 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 ne. Scheiße. Ah, Glück gehabt, ey. Der ist nicht gedacht, dass ich die triffe. Block doch! Mann, ey. Das regt mich dann auf. Ich halte hier den Block hoch und trotzdem blockt er nicht. Scheiße. Meine Güte. So, okay. Ja! Ich krieg's vielleicht noch hin. Ah, die brauch verdammt nur noch einmal mich treffen und dann bin ich down. Ah, ich brauch sie auch nur noch einmal treffen und dann bin ich down. Oh! Ach, komm! Ja! KO! Genau bei Null! Ah! 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 War das knapp. Das war so richtig knapp. Richtig knapp war das. Josch! Oh, Josch! Weiter. Oh! Holla, die Waldfee. Das war krass. Oh, jetzt ging Kid Cobra. Der hat zwei verschiedene Augen, der Typ. Ein großartiger Start. Ninjare beweist, dass er ein aufmerksamer Schüler war. Es folgt der zweite Kampf. Ninjare bekommt es nun mit dem Tempotypen Kid Cobra zu tun. Die schlangenhaften Bewegungen können einen fast schon hypnotisieren. Aber ob das auf die mysteriöse Weise verschwindende Linjare beeindrucken kann? Tja, werden wir sehen, ob es mich beeindruckt. So, aber wir treffen uns gerade nicht gegenseitig. Das ist nicht so gut, aber er trifft halt nicht. Oh! Die Musik ist hier cool. Du Skater, komm her! Nein! Nein! So mal! Spinnst du? Ja, aber hier auch wieder, ne? So. Scheiße. Ah, scheiße. Er hat gerade den Block hochgezogen. Können kotzen mal sowas. So. Aber er hat es trotzdem irgendwie geschafft. Er schafft es, glaube ich, gerade die ganze Zeit, den Grabsch... Grabsch, ja, natürlich, den Grabsch halt auszuweichen. Und ich treffe ihn halt gerade gar nicht. Und das gibt mir halt auch schon wieder tierisch auf den Sack und er trifft mich die ganze Zeit. Mann! Würdest du mich rollen jetzt? Komm jetzt da weg, runter von diesem... Alter! Mann! Komm jetzt raus da! Du! Oh, der Typ, Mann! So. Jetzt kriegst du auf den Sack, Mann! Nein, 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 nein! Nein, nein! Oh, die Zeit! Nein, natürlich trifft er mich! Nein, nein, er gewinnt! Ach, fick dich doch! Sorry. Ja, aber nur, weil der jeden Scheiß blocken kann, der Katana, ey! Ja, komm! Ach, klar, ey! So. Bam, du! Ja, siehste, genau! Aber wieder genau in diesem Moment, ne? Genau in diesem Moment. Block doch einfach, Mann! Ja. Wird du mich rollen hier, Alter? Ja, ganz ehrlich. Das Spiel ist echt zum Aufregen gebracht. Nee. Denkst du dir, wa? Oh! Hast du dir so gedacht? Was mich stört, ist, halt, halt, halt. Dass er mich im Meer trifft und ich treffe ihn nicht. Komm, spring, spring! Scheiße. Ja, da... Da, jetzt, 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 jetzt! Naja, okay. Da war er nicht so gut, aber... Er hat trotzdem gesessen. Bam! Ha! Okay. So. Yes! Diesmal gewinne ich durch Zeit K.O., du. Ha, ha, ha! Wie, 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 wie? Wieso trifft mich das noch? Alter! Ja, na, klar. So. Auf geht's. Letzte Runde. Jetzt ja diesmal da zwei Raketen. Tja. Schauen wir mal. Ob das was wird... Ah. Könnte schwierig werden. Ah, wird auch schwierig. Weil er jetzt wieder da auf diesen... Scheiß Ding drauf ist. Und ich muss ihn erst von... Da runter kriegen. Ah, Mann. Komm jetzt runter da. Ach, Mann. Weck mich doch jetzt hier. Ja, natürlich. Aber irgendwie konnte er es nicht blocken. Irgendwie konnte er es nicht blocken. Irgendwie hat das... Also er hat zwar geblockt, aber er konnte nicht dauerblock... Er konnte sich dauerhaft blocken. So. Ich versuchte jetzt einfach die ganze Zeit zu grapschen, wie diese ganzen... Ah, scheiße. Siehst du, da muss ich sofort... Vielleicht das machen... Sofort das... So. Boah. Irgendwie habe ich das geschafft, seine Ulti mit meiner Ulti zu... zu blockieren. Scheiße. Oh, Mann. Ach, Dreck. Ja. Oh, Alter. Schöne. Gnadenloser Kampf hier. Alles klar. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann... Achso. Nee, alles cool. Wir sehen uns dann im nächsten Part... von ARMS. Also bis dann. Ciao, Leute.